Wir sind die Wanderer ohne Ziele, die Wolken, die der Wind verweht, die Blumen zitternd in Todeskühle, die warten, bis man sie niedermähnt. Jetzt ist das Spiel aus, jetzt kommt der Tod. Die Mission Gréco ist zu Ende. Ausgerechnet an diesem Ort in Paris, genau an der Ecke zum Boulevard de Montparnasse, liegt das Café du Dôme, in dem sich seit 1904 die deutschen Künstler trafen. Künstler-Treff, Künstler-Pech, Polizei-Treff nun. Der Grund, einfach nur zu sein, wird also in Frage gestellt. Er darf zwar für uns arbeiten, aber sein wie er ist, das darf er nicht. Er soll anders sein, dann wäre er wie wir. Wenn du nur nie vergisst, dass deine Tat, deine Gäste, deine Gäste, deine Gäste, deine Gäste, deine Gäste, deine Gäste, deine Gäste! Deine Gedanken, deine Kunst, deine Träume, dein Geschlecht, deine Orgasme, deine Ideen, deine Kinder, deine Geliebten, deine Gefühle, nicht die größten sind, die es gibt! Geht! Untertitelung des ZDF, 2020